So leu, jetzt zu den Toschür. Wieso habe ich jetzt schon das Gefühl, die Riechen verbrannt? Hm, kommt man auch an die Idee. Kann man mal machen. Die Riechen verbrannt. Was ist das? Na komm, gib mal ein Geist auf. Ist ja der Song eher alle. Komm ne Minute quill ich's denn noch. Was die Teile aushalten, das glaubt mir doch gar keiner. Der ist durch, der ist jetzt auch durch. Schnell Verstärke ausmachen. Alter was die aushalten, hätt ich nie gedacht. Sind die jetzt wenigstens heiß? Ja der Magnet ist warm geworden. Aber heiß würde ich jetzt nicht sagen. Also tschüss bis zum nächsten Video. Die haben eine richtig Menge ausgehalten. Erklang nicht wahnsinnig gut. Tschüss bis zum nächsten Video.